Herzlich willkommen zur Panthoshow! Heute haben wir wieder einen besonderen Gast für euch, direkt aus dem steirischen Landtag. Und der politische Recap hält euch natürlich auf dem Laufenden, was momentan in der politischen Welt so passiert. Gleich nach dem Intro. Bevor wir zum steirischen Landtag kommen, schauen wir uns im politischen Recap die politische Landschaft ein bisschen genauer an. Habt ihr mitbekommen, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist? Also das klingt ja ein bisschen ironisch, weil es ja die Istanbul-Konvention heißt. Und das österreichische Außenministerium, naja, das bedauert diese Entscheidung zutiefst, weil die Konvention als Ziel hat, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen. Ja, jetzt hat eine Frauenrechtsorganisation angegeben, dass allein in der Türkei im vergangenen Jahr 300 oder mehr als 300 Frauen ermordet worden sind von Männern. Wir hoffen auf weitere Aufklärung und auf Prävention, damit die Gewalt an Frauen und an Mädchen ein Ende hat. Wir kommen jetzt zu einem positiveren Thema. Und zwar hat der Landesrat Hans Seitinger darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig unsere Ressource in der Steiermark, das Wasser ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass rund 70% der Erdoberfläche Wasser ist? Oder dass wir zu 100% das steirische Wasser aus Grund- und Quellwasser beziehen? Oder dass, und das finde ich besonders spannend, 100 Milliarden Liter Wasser, steirisches Wasser, nach Wien geleitet werden? Pro Jahr? Ja, schon recht spannend. Pro Tag braucht eine Steirerin oder ein Steirer durchschnittlich um die 140 Liter Wasser. Ist ja auch eine Tatsache, die durchaus erwähnenswert ist. Deswegen, wir sollten in der Steiermark unbedingt auf unsere wichtige Ressource, das Wasser, aufpassen. Was in der Politik alles so passiert ist, das wissen wir jetzt. Nun möchten wir aber in den steirischen Landtag ein bisschen genauer reinhören. Und das machen wir jetzt. Liebe Bandertime-Zuseher und Zuseherinnen, mein Name ist Matthias Bokorn. Ich bin seit knapp einem Jahr Abgeordneter zum steirnmärkischen Landtag. Ich komme aus Bremstetten, aus Grads Umgebung. Ich bin der Gesundheitssprecher der ÖVP im Landtag. Vom Beruf her bin ich Arzt. Und meine Hauptthemen in letzter Zeit waren die Corona-Krise, die Pandemie und natürlich alles um die Bereiche Gesundheit, Gesellschaft und Bildung. Angefangen hat meine politische Karriere bei der JVB Bremstetten. Ich habe die im Jahr 2015 gegründet. Bin dann Bezirksobmann von Grads Umgebung geworden und bin seit knapp einem Jahr Landeshobmann-Stellvertreter der JVB Steiermark. Heute geht es im Landtag vor allem um die Themen Impfdashboard, Context Tracing und die Einführung der E-Medikation bei den Hausärzten. Das geht um das rezeptfreie Holen von Medikamenten in den Apotheken. Man sieht, manchmal ist nicht nur ein Schaden da, sondern ein Nutzen auch. Und das kann man wirklich sagen, es ist ein Digitalisierungsschub bei uns jetzt im Gange, der wirklich sehr positiv aufgenommen wird. Auch in den Bereichen der Bildung, in den Schulen. Dort haben wir mit verschiedensten Angeboten, zum Beispiel Lehrer-Eltern-Kommunikations-Apps oder Schoolfox bzw. Lern-Apps einfach Möglichkeiten, Wissen und Gelerntes zu vertiefen und zu festigen. Und das sind heute unsere Themen im Landtag. Gleichzeitig möchte ich euch allen viel Gesundheit wünschen und gehen wir positiv in den Sommer und eine gute Zukunft. Ja, grüße euch. Ich bin die Karelli Silvia aus der Gemeinde Fischbach. Seit drei Jahren, das vierte Jahr als Stadtbürgermeisterin und eben seit Dezember 2019 im Landtag. Mein politisches Engagement, ja, gehört aus meiner Zeit als Bürgermeisterin her. Ich bin eigentlich eine Quereinsteigerin. Ich bin verheiratet, habe drei Töchter und bewirtschafte einen Bergbauernhof in Fischbach. Und es war mir einfach immer ein Thema wichtig, mich politisch zu engagieren. Und so hat mich der Weg in den Landtag geführt. Und da gibt es ein breites Betätigungsfeld im Bereich der Kinderbetreuung. Volkskultur ist mir ein großes Anliegen. Und jetzt ganz neu auch die Pflege. Ich glaube, das ist das Thema dieses Jahrhunderts. Und da gibt es wirklich viel zu tun. Und da haben wir auch großen Handlungsbedarf. Und das war gerade auch heute in der Landtagssitzung ein großes Thema. Ja, die Pflegewohnheime standen in den letzten Wochen und Monaten ja ganz stark im Fokus. Sie haben eine wirklich anstrengende, herausfordernde Zeit hinter sich. Wir von Seiten des Landes haben uns bemüht, die Pflegewohnheime und die Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu unterstützen. Sei es mit Schutzhausrüstung, mit Antigen, Schnelltests, aber vor allem jetzt auch durch das Impfen. Und da kann ich wirklich mit Freude berichten, dass es uns gelungen ist, eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent bei den Bewohnerinnen und Bewohnern zu erreichen. 65 Prozent der Mitarbeiterinnen sind geimpft. Da setzen wir auch ganz stark auf Information und forcieren das noch stärker, dass die Impfung wirklich das einzige aprobate Mittel ist, um da aus der Krise herauszukommen. Und wir sehen wirklich eine tolle Wirkung. Wir haben die Ansteckungsrate deutlich reduziert. Wir haben in 16 Wohnheimen nur mehr 31 Infizierte bei insgesamt 12.500 Bewohnern. Und das ist wirklich ein großer, großer Erfolg. Und jetzt kehren wir zurück zur Normalität, Schritt für Schritt mit den Lockerungen in den Besuchszeiten. Auch, dass die Angehörigen wieder mehr in die Pflegewohnheime kommen können. Und wir sorgen auch vor, dass uns diese Krise auch eine Chance bietet, etwas daraus zu lernen und die Pflege weiterzuentwickeln, vor allem im Bereich der Hygiene, der Schutzmaßnahmen. Ich glaube, wir können viel aus dieser Krise auch mitnehmen und in den kommenden Wochen im Zug eines Pflegegipfels dann im Sommer auch verarbeiten. Das war's also aus dem steirischen Landtag. Aber bevor die Panther-Show zu Ende ist, möchte ich euch noch unbedingt den Word-Rap mit Landesrat Christopher Drexler empfehlen. Da lernt ihr ihn nämlich noch persönlicher kennen. Und wir haben für euch die Grazer Mini-Metro die Pläne dazu genauer erklärt. Und die Videos, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich in Halbsätzen spreche. Hermann Schützenhöfer und Gerhard Hirschmann. Noch mehr Sprachen können als ich. Ich kein Frühstück gegessen habe. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen Tag für Tag ein- und auspendeln müssen und sich auch innerstädtisch bewegen. Die Herausforderung ist also ein Konzept für den öffentlichen Verkehr zu finden, das so attraktiv und gut gelöst ist, dass die Menschen immer mehr auf das Auto verzichten und trotzdem schnellstmöglich von A nach B kommen. Für heute war's das von der Panther-Show. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es natürlich, abonniert unseren Kanal und gerne kommentiert, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.